Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind hier in unserem Ferienhaus und wir haben natürlich einige Sachen mitgenommen von zu Hause, aber eine Sache darf man nicht vergessen, nicht zu Hause liegen lassen. Das ist so, so wichtig, wenn du denn das Bewusstsein auch für gewisses Wasser hast. Ich drehe einmal die Kamera, damit ihr euch das anschauen könnt. Zack, natürlich das Level-O-K8 von der Firma E-Magic mit unserem Vorfilter und es gibt verschiedene Adapter dazu, damit, falls das hier nicht gepasst hätte, dass wir einen Anschluss dafür finden. Und auch hier die Besonderheit natürlich, die Firma hat an alles gedacht bei den Wassergeneratoren, wir nutzen das Level-O-K8, kannst du eben weltweit das Ganze nutzen, denn es gibt einen Spannungsumwandler. Das bedeutet, selbst wenn du die Maschine in die USA mitnimmst oder nach Australien zum Beispiel, gar kein Problem, dann hast du da einen Spannungsumwandler und kannst es nutzen. Und die Maschine ist geschont und komplett einsatzfähig. Dementsprechend eine mega Investition in dich selbst, eine mega Sache für deine Gesundheit. Und wenn du mehr über das Kangenwasser erfahren möchtest, darfst du mir gerne folgen, lass ein Abo da und schreib in die Kommentare, vielleicht nutzt ihr auch schon Kangenwasser und was deine Erfahrungen sind. Beste Grüße!